Die erste Lesung ist aus dem Buch Genesis. Gott, der Herr, formte den Menschen, staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden, im Osten, einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zur Frau, »Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?« Die Frau entgegnete der Schlange, »Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, »Davon dürft ihr nicht essen, und daran dürftet ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben.« Darauf sagte die Schlange zur Frau, »Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, geht euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse.« Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Das war's. Ein Mann, der bei ihr war, und sie bequen.